hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play single player von nesca racing season 2003 heute möchte ich mal euch eine alte mod zeigen also sprich so ein klassiker und ich spiele hier die 1969er season dazu suchen wir jetzt erstmal ein passendes auto aus und gehe jetzt hier einfach mal durch und guck mal welche jahre so gut aussieht das hier in deutsch ist ja schon mal was feines gefällt mir sehr gut ich glaube ich lasse gleich mal den hier das hier mal was ganz auffälliges in rosa mit der nummer 4 hatte ja jetzt keine ahnung wer die mal gefahren ist oder nicht aber ein kann ich euch mal zeigen den kennt jeder eigentlich und das ist die kind richard patty und rosa durchgehend hier ist richard patty obwohl der gefällt mir jetzt noch besser dann nehme ich doch einfach mal richard patty ich gehe mal kurz durch nein ok und nehme ich richard patty passend dazu möchte ich gerne ein short track fahren und zwar möchte ich gerne das alte martins will fahren wieder zehn prozent 95 gegner stärke ich versuche einfach mal was ich brauche das qualifende vorher und hoffe dass alles so klappt das gucke ich noch mal ob hier alles eingestellt ist auch hier gibt es nichts ok werden lasse ich das jetzt auch mal gucken was es geht gut das ist ein kleiner kurs hier wird viel schrott wahrscheinlich geben und wenn man gucken muss wie gesagt am ende dabei was kommt so auch hier sieht man ob es noch mit wurzelholz auch hier wird man das linker auf der ramm weil es extrem ist aber wir machen lassen wir haben es gar nicht so klein es ist ein nice boom hier in der ersten 1.2 turn hier auf der 1.5 Was ist das mit der anderen? Give me one more good hard lap, man. One more good hard lap. 24, 24, 8, 6. Das sieht gerade nicht so gut aus. Wahrscheinlich wäre er auf Platz 43 bleiben. Da muss ich gleich noch mal gucken, wie wir das anschauen. So, das war nicht so gut. Jetzt gucken wir mal Standings. Ach, hier fahren nur 21 sogar mit. Okay. Trotzdem geht noch mal der Garage. Gucken wir mal, dass ich hier vielleicht ein Setup irgendwie rein kriege. Äh, Mathezböe. Hier haben wir das Normative Fast. Platz 10, 69 fast. So. Ich hoffe, dass das dann hier besser funktioniert. Gut. Ich starte jetzt einfach mal das Rennen. Ich bin das nicht mal überraschen, ob das hier funktioniert. Papier können wir uns das mal alles aufrufen. Okay. Da ist aber hier der Rennen. Aufrufen. Ja, das ist bestimmt ein interessantes Rennen hier. Übrigens, Mathezböe. Übrigens, Mathezböe eins der ältesten Strecken. Aufrufen das kommt. Und da, das passt ja ganz gut dazu. Oh, da war schon mal ein bisschen Stamm. Oh, da war schon mal ein bisschen Stamm. Oh, das wird hier eng, ne? Ja, typische Short-Track-Grenn. Ja, schon den ersten wirklich schon. Aber mit dem Setup lässt sich besser fahren. Entschuldigt, falls ihr das Lenkrad zu oft hört im Hintergrund, aber mit Force Feedback. Und bei der Strecke ist das normal. Oh, da war ich zu schnell. Ah, da war ich viel zu schnell. Okay. Dann muss ich denn hier vorbei lassen. Ja, das ist schwer abzuschätzen auf jeden Fall. Oh. Vielleicht kommt schon der nächste wieder. Ja. Das ist schwer abzuschätzen auf jeden Fall. Ja. Ja. Also wahrsam ist immer vor den Turns runterzuschalten, weil sonst untersteuert der Wagen dermaßen. Oh, da ist die kleine Faser der 14. Oh genau. Doe ich das auch schon mal wiederholen? Ja. Oh, ich hab das noch mal gebt. Oh, das ist neig an der Leipzig. Oh, das ist eher noch nicht ein paar Wagen créer. Vorgehen auch nicht. Ich kann schon mal nicht mehr klatschen. Der hat sich erst mal remolgiert, ey. Dafür hat er sich nicht vorher rausgeschmissen. Das sieht jetzt gar nicht gut aus, vielleicht. Da muss ich irgendwie Rhythmus finden. Aber wenn man ihn so dermaßen untersteuert, aus der Kurve rausgeht, dann kann man nicht viel. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Ja, dann sieht man, wenn man oft die Strecken nicht, also andersrum gesagt, wenn man die nicht oft gefährt, muss man das immer wieder neu lernen. 24, 22, 3, 0. 9, Closed. 9 Sekunden Vorsprung schon, der Führer wird ja wieder runter. 9, Closed, inside, Clare Harbour. Hm, das ist natürlich nicht so gut. Aber es geht hier schnell, wenn man hier kein gutes Set aber hat, kein gutes Feeling, oder wenn man hier schnell ein paar Runden verliert, aus solchen Strecken. Allerdings kann man die sich auch schnell wieder zurückholen. Das ist ein bisschen unterstorn, das gibt es ja gar nicht. 1, 12, inside, still there inside, still there inside, 24, 3, 9, 2, Wahnsinn. Das war wieder zu schnell. Ja, da verlieren wir ganz schnell ganz viele Plätze. All clear. Ne, also ist jetzt gerade keine Sonne. Oh. Da wird die Irre gekommen. Aber auch nicht. Na, der hinter mir sah auch nicht gut aus. Ich versuch's mal wieder mit dem Drücken. Ich versuch's mal wieder mit dem Drücken hier. der vierte Gang ist in der Hand. Das ist Gott sei Dank der Schrecke nicht ganz so schnell. Voll weh ist in der Box. Wobei der vierte Gang wird jetzt nicht mehr funktionieren. Aber ich kann mir sonst nicht mehr bewerben lassen. Neue Reifen muss ich sagen. Okay. So, dann holen wir uns aber ein paar neue Reifen. So, dann holen wir uns mal wieder. Schauen wir mal aus. Oh, geht aber. Oh, mal gucken wir uns jetzt ein bisschen was schaffen. 29 Runden noch. 54.032 Oh, mal gucken wir uns jetzt ein bisschen was schaffen. Oh, der hat auch schon eine gute Telelec hier vor mir. Okay. 29.770 Wie viele Runden habe ich zurück? Noch eine Runde nur. Na, guck mal einer an. Der Ende ist es etwas, ne? Daran sieht man auch, dass es immer lohnt, bis zum Ende zu fahren. Aber nie weiß, was für Probleme die anderen haben. Oh, die Strafe ist er wirklich? Oh, die Strafe ist er wirklich? Normal wäre ich jetzt nach vorne gekommen. Okay. 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 Be ready. Be ready. Be ready. Green, green, green. 33.107 Okay. Oh, die sind verdammt schnell hier, ne? Ich habe schon mal mehr Reifen. Und ich bin irgendwie nix. Ich bin irgendwie nix. Ja, dieser Vietgang bleibt jetzt kaputt. Vorne holen, dass ich noch mehr passiert. Okay. 23.144 Was wird zu Hause sein? 4 zu Hause. Oh, wie hat er besser Winnere gefahren für mich? Ja, ok. Ne, die sind diesmal hier verdammt gut. Verdammt schlecht. 1, 2, 6. Sehr anspruchsvolle Strecke. Der Feuer hat 100% die Konzentration. Das merkt man bestimmt auch, weil die so wenig ich jetzt erzähle gerade. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Man merkt das schon im Hintergrund an den Geräuschen von dem Lenkrad. Dass man hier wirklich viel Kraft aufwenden lässt. 23.597 Und bevor wir bei der Sache sorgen müssen. Das wird schon wieder langsamer. Von der 23 wird schon wieder auf die 24 Rundenzeit. Das wird schon wieder langsamer. Und untersteuert ohne Ende. Hier würde ich gerne mal ein richtig gutes Setup machen. Weil wenn es auf der Strecke läuft, dann macht es richtig Laune, hier drauf zu fahren. Und hier das Überholmanöver zu starten. Weil es hier wirklich Kontaktsport ist. Weil man rührt sich ständig. Das ist ja so. Das ist ja so. Ah, unter mir kommt schon wieder der Führer. Ja, wir sehen uns schon mal ein bisschen früher. Oh mein, wir fressen uns. Tja, hier mache ich Uritschapetti nicht alle Ehre. Aber es gibt auch solche Tage. Ok, lassen wir dann vorbei. Nur bei uns. Das ist ja noch mal geil. Und jetzt wirklich so. Der Führer. Woaa. Das ist ja der Kontaktspurt, wie ich ja schon sagte. Man schiebt einen, wird eigentlich schonmal. Und der Führer. Das ist der Kontaktsport. der Führer. der kann ich nicht sehen wie ich im von rein im 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 19 Minuten. Wieder untersteuern. Da ist der Messer rausgeflogen. Nein, da verliessen ist der Messer weg. Oh. Wow. Kann ich mir mal gucken, wie die Reifen aussehen. Oh, die sehen eigentlich gut aus. Trotzdem, wahnsinniges Untersteuern. 25.594, Pin Road will be open this time. Pin Road will be open this time for Lead Lab Cards. Do not hit the first time by, 10.4. Line up behind this one car. Das haben wir auch schon gehört. Also was denn hier auch auf jeden Fall ist, dass in der ersten, also wenn die Pit Lane offen ist, dann dürfen erst die Lead Lab Cars reinkommen und eine Runde später eben die, die überrundet worden sind. Also, das gibt's hier schon. Schade finde ich es noch mit Lucky Dog, weil das wäre doch hier bei solchen Strecken ganz langsam. Und ganz angenehm, wenn man Lucky Dog ist und so sich die Runde zurückbringen könnte. Aber, wie gesagt, das gibt's hier leider ja noch nicht. So. Guck mal, wo wir auch noch eine Runde fahren. Oh, die geben hier auch einen Bock fest. Ja, danke. Das war die nächste Beule. Ja, auf so einer kleinen Strecke ist es schwer, sich anzusitieren. Und alle sehen so schön nicht gut aus. Meistens das Heck schon zuerst. Ja, ich hab' die vier jetzt vor mir. Die wollte ich als erstes nehmen. Ja, die brachen auch ein bisschen. Komm, klar. Tschüss. Ja, das war die nächste Beule, weil es schon wieder einmal gestoppt ist. Ja, diesmal hat der hinter mir auch aufgepasst. So, ah. Warum bremsen die denn hier bei den Kurven so jetzt? Da dringendstehend. Ja, das ist scheiße. Wenn du siehst, du siehst bist. Dann sind wir in der Kurven oder? Wann verinnern, sollte ich nicht? Ja, das kann. Jeb das, was ich? Das war, was ich Goingman. Jau-Jau-Ber? Ich bin ein, es ist klein. Es gibt noch etwas. Kanzös, die grüstehend. Alles! Werden. das ist nur ein überholender vielleicht darf er vollziehen die schwarze Flagge und untersteuern der hinter mir kommt schon ganz schnell ran aber da war ich so'n verdammte dann untersteuern überhaupt ey das ist unglaublich also versucht mal selber diese Strecke hier zu fahren ja ich kann mal so eine verdammte Oh, whiteflash. Oh, nee, nee, vergiss es. Ah, noch eine Runde. Okay, wo sind wir noch mal? Oh, der eine sieht aber lustig aus hinter mir. Komm so aus, der hat ja schon gar keine Motor. Dann gucken wir uns jetzt aber nochmal an. Tatsächlich, der hat schon keine Motor. Wir müssen uns zusammen stehen. Just drop it. Just drop it. Keep your chin up, just like Chad said, we're all in this together, man. Schauen wir mal hinterher. Oh, jetzt fährt er auch in die Box. Ich sah ihn in die Schieben im Runde. so gut damit verabschiede ich mich hier mal aus martinsville war ja nicht so klar dass wenn aber so konnte ich euch mal diese mod zeigen dann bis zum nächsten mal